Zufall an! Ja! Ja! Wahnsinn! Wahnsinn! So, hallo Leute! Und zwar, ihr seht jetzt eben danach ein paar Sequenzen, und zwar haben wir heute sogenannte Energiehirse durchgedrückt, das heißt also das sind gute 2 Meter, 2 Zehner, so wie Mais, durchgedrückt, da waren also Sauen drin. Das war sicher von den Jagdtieren so zugesagt und stimmte auch. Ja, ich hatte keine Zeit zum Filmen, das war also ein Hammer. Ich und die Vroni sind wie gesagt durch, erst mit den Treibern, dann sind wir teilweise alleine durch, also nur die Hundeführer und die Hunde. Und dann haben wir schon gemerkt, also es sind Sauen drin, die haben sich also immer ziemlich gut gedrückt drin, also wir haben die eigentlich fast nicht rausbekommen. Also ich schätze mal, dass da, also gesagt waren, dass da 6, 7 Sauen in dem Schlag drin sind, aber ich denke mal, dass das vielleicht locker um die 15 waren. Ja, auf jeden Fall, dann ist so gewesen, beim zweiten Durchgang hat Vroni dann Spur bekommen, das heißt sie ist also dann zielstrebig los. Ich bin der dann gefolgt, dann habe ich am Kläffen also gehört, dass er einen sogenannten Kontakt hat. Dann ist praktisch, das war dann ein Überläuferkeiler mit ungefähr 50, 60 Kilo, die genauen Daten kriege ich noch. Der ist also dann in ein angrenzendes kleines Waldstück rein, ist dort von einem Schützen, also außenstehend rum, beschossen worden, hier oben an Kamm. Das heißt also, das Tier ist dann nicht gleich verändert, sondern ist dann wieder natürlich zurück in den Wald rein, in dieses Wäldchen. Da kam ich aber dann natürlich mit meinem Hund, was dann noch zwischenzeitlich ist, noch ein Terrier dazu gestoßen, der also wunderbare Arbeit geleistet hat. Also der hat dann praktisch wieder an die Sau ran, also dann immer wieder ein bisschen gebunden und genervt. Ja, dann war noch zwei, ein Schütze hatte sich, sag ich jetzt mal, wieder in das Waldstück verirrt, der ist dann erstmal rausgeschickt worden. Ja, dadurch, dass das Stück sehr, sehr stark geblutet hat und auch so ein bisschen wackelig mittlerweile war, bin ich also hinterher gelaufen und habe dann also mit dem Teil hier, mit meinem 357er, hier sieht man ja noch alles voller Blut, das muss ich jetzt erstmal putzen, von hinten einen sogenannten oder fast aufgesetzten Schuss angesetzt. Und das habe ich jetzt noch mittlerweile noch nie erlebt. Ich habe fünfmal schießen müssen mit dem Teil, fünfmal mit dem 357er, mit solchen Dingern hier, fünfmal geschossen und das Tier ist immer wieder hoch. Der Terrier, meine Froni hat sich dann mittlerweile nach hinten verzogen, das war ja ein bisschen heiß, die ist auf Abstand geblieben. Also wie gesagt, fünfmal geschossen und ist immer wieder hoch. Also das habe ich noch nie gesehen, war aber dann natürlich durch diese fünf Schüsse schon sehr, sehr stark angeflickt. Also er hat dann nur noch getaumelt, ist dann wieder aus diesem Waldstückchen rausgetaumelt auf eine Wiese. Und dann aus diesem kleinen Wiesenstück konnte ich ihn dann praktisch umschießen, also er lag dann auf der Seite. Und habe ihn dann mit meinem Hirschfänger abgefangen. Bin also dann seitlich hinter der Schulter rein, unter der Schulter durch und habe dann praktisch die Klinge mehrere Male hin und her bewegt. Und dann war, wie gesagt, auch Feierabend. Also so schaut das dann aus, das müssen wir jetzt alles mal ordentlich sauber machen. Also, wie gesagt, wirklich, ja, war stressig. Und wenn du dann so ein Tier mit 60, 70 Kilo hast, was dann hier, sieht man, die ganzen Gummiringe sind alle nach unten gerutscht vom Zustoßen. Wenn so ein Tier dann natürlich um sein Leben kämpft, da hast du dann schon richtig Bammel. Also, was ich jetzt unbedingt machen muss, ich muss mir noch eine Saufieder, eine sogenannte Speer besorgen. Dass ich also weiter, von weiter weg zustoßen kann. Weil, wie gesagt, mit der Schusswaffe, das war keine Ahnung, wo ich hingeschossen habe. Ich muss jetzt auch mir da mal Bescheid geben lassen, wie der Schädel ausschaut. Das kann eigentlich gar nicht sein. Ich muss mir da jetzt, wie gesagt, mal so eine Saufieder besorgen, weil durch den Energiemais und den Raps und das ganze Zeug werden die Viecher immer größer. Das war jetzt ein Überläufer und ich glaube, dass der wirklich mindestens 60 Kilo hatte. Und wenn du mit so einem Tier dann ringst, das ist schon eine andere Hausmarke als irgendein Frischling. Ja, das war also heute mein Jagderlebnis. Jetzt bin ich glücklich. Ich werde jetzt hier noch in Ruhe mein Feierabendbier austrinken. Ein bisschen das Equipment pflegen. Den Hund pflegen, dem geht es gut. Der liegt oben, kriegt jetzt zu fressen und schläft. Der hat super Arbeit geleistet. Der wird immer schön auf Abstand wieder gebellt. Auf Abstand, man hört es da ganz leicht im Hintergrund. Aber das ist einfach, da bist du so auf Adrenalin und Stress. Da hat man keine Zeit jetzt da noch groß zu filmen. Also das war wirklich ein richtiger Kampf. Wir wussten ja, dass wir dann drin waren. Wir sind also noch vier, fünf Mal rein. Und wir konnten das an so einem leichten Hügel dann auch so richtig die Bewegungen sehen. Und haben also da wirklich gehumt. Und haben dann noch vier Stück rausgebracht. Also eine große, eine gute Bache. Die wird es um die 80 haben. Und ich sag mal, ja, ich glaube das waren noch drei Frischlinge mit, ja, um die 20 bis 30 Kilo werden die ungefähr haben. Und die, das ist eigentlich ganz okay. Das Feld war sauber abgestellt. Also das war auch schon mal wieder ganz gut vom Jagdkern gemacht. Es war permanent Wasser für die Hunde da. Auch für die Durchgeschützen oder für die Hundeführer, so wie mich. War also genügend zu trinken da. War alles sauber abgestellt. Also hat ganz gut funktioniert. Ja. Jetzt hoffe ich, dass ich euch noch ein paar Bilder von dem, von dem Überläuferkeiler rein tun kann, den ich persönlich erlegt habe. Ja, und das war richtig, richtig geiler, geiler Drückjagddag. Und ich hoffe, da kommen jetzt noch einige mehr. Und ich kann auch noch ein paar andere Videos zeigen. Ja. Ja. Das war's also. Drückjagd im Mais. Sauenjagd. Vielen Dank. Macht es gut. Euer Waldläufer. Ja. 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 Ja.